Wow! Oh! Ha ha ha! Können wir irgendwann auch mal anfangen, ja? Scheiße, die hat geschrieben. Wer hat geschrieben? Nicole. Ich hab doch bis jetzt immer nur gechattet mit der bei Elite Partner. Du bist bei Elite Partner? Ich dachte, das war www.fickifickibummbum.de So was klingelt. Ja, ich hör's ja. Hallöschön! Hier ist Nicole Mösenbacher! Geh du! Sie ist dran! Hier ist Professor Doktor Björn Jung. Elite Partner. Du entspann dich! Ich entspann dich! Wir entspannen uns! Du machst dich locker! Ich mach mich locker! Wir sind locker! Wir sind aggressionsfrei! Verstehst du? Entspann dich! Bleib mal locker! Jetzt setz deine Brille auf! Was? Du sollst die Brille aufsetzen! Was? Jetzt setz endlich deine Brille auf! Jetzt schreib sie nicht so an! Ja, ja, ja! Setz jetzt mal meine Brille auf! Weißt du, was du auch mal machst? Rollenspiele! Hab ich auch schon mal gemacht! Rollenspiele! Ja, das war geil! Sie als Krankenschwester, ich als Arzt! Und dann? Wir haben ja getauscht, aber als Krankenschwester hat es mir nicht so viel Spaß gemacht! Was machst du? Ich? Romantik-Hotel, Rosenblätterbad, Kendeleit-Dinner, Shampoos auf dem Zimmer, das volle Programm! Wow! Das machst du mit deiner Freundin? Nee, da fahr ich allein hin! Hast du ja auch schon ein Grab gesichert oder einen Platz auf dem Friedhof oder was? Ja, sicher! Was? Ja, auch da musst du schon mal gucken, wenn du nicht direkt in der Sonne liegen willst! Du weißt doch, wie empfindlich meine Haut ist! Ja, du bist dann tot! Ja, weiß man's! Guck mal, das geht ganz schön ins Geld, so ne Beerdigung, glaub ich! Ja, dann lass dich halt beerdigen! Warum? Dann hast du die Hände frei für die Grabpflege! Dankeschön! So, wir zahlen 50 an! Vielen Dank! Danke! 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 Danke!